hallo grüß dich treffen wir uns zur nächsten übung heute sitzt dazu auch in der einfachen haltung lege die hände auf deine schultern der daumen hinten die finger auf der schulter älterbogen so hoch wie die schultern halten wenn wir einatmen drehen wir uns mit dem gesamten oberkörper und kopf nach links und wenn wir ausatmen drehen wir uns mit dem gesamten oberkörper und kopf nach rechts die übung kennst du auch schon beginnen wir zusammen du machst die übung einfach in dem tempo wie sie dir angenehm ist mach sie relativ schnell finde heraus welches tempo dir angenehm ist wir kräftigen mit dieser übung unsere gesamte brustmuskulatur und rückenmuskulatur und auch unsere atmung wird noch mal gekräftigt und herz und lunge werden gestärkt ich atme so besonders geräuschintensiv damit du an dein atem erinnert hörst wir können hier jetzt alles mit dem zweiten herz und 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 der Wenn du magst, kannst du natürlich wieder das Mantra Sat und Nam mit dazu nehmen, deine wahre Identität. Zum Abschluss setze ich nochmal aufrecht hin, halte die Arme auf Schulterhöhe, atme tief ein und halte den Atem kurz und atme wieder aus. Spann dich, spüre für dich nach. Mach's gut, bis morgen.